Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Lenders Resort 2.0 mit mir alleine. Ja, mein Kondo ist nicht dabei. Wie ihr seht, ich sehe ihn nirgendwo, ne, er ist nicht da. Genau, er hat momentan einfach viel Arbeit und deswegen bin ich diesmal wieder alleine. Ich höre mich auch ein bisschen schrecklich an, also zumindest höre ich mich ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob das nach außen hin auch so schrecklich ist. Ja, ich bin halt immer noch total erkältet und der Schnupfen ist jetzt langsam weg, aber mein Hals macht halt total Ärger und ja, naja, egal, muss ich durch, ne, wird schon werden. Okay, die Nanni hatte eine tolle Idee, hat mir wirklich super gut gefallen, ich habe mir das auch aufgeschrieben, ja. Und zwar hat sie den Vorschlag gemacht, an den Ausgängen unten im Tunnel, die, ich habe ja so Nischen gemacht, ne, wo wir Kisten und so rein machen. Und sie hatte eben die Idee, das Ganze so ein bisschen im Biomstil zu machen, dass man halt gleich sieht, wo komme ich raus, ne, was kriege ich da, wenn ich da rausgehe. Und, ähm, das fand ich wirklich eine, eine tolle Idee und, ähm, bin am überlegen, wie ich das Ganze hier umsetzen könnte. Äh, für hier bräuchten wir eine Behutsamkeitsspitzhacke, um eben, ähm, ein bisschen Eis zu holen, ein bisschen Ozean kann man da unten hin machen. Also, ja, ich denke da, das sollte kein, äh, Problem sein. Ich würde jetzt allerdings ganz gerne, ähm, zurückgehen ins, äh, Resort. Ich mache ein paar Schienen, ähm, damit wir die einfach schon mal ein bisschen hinpacken können. Hier haben wir Antriebsschienen, genau, das nehmen wir mal alles mit. Ähm, schlafen würde ich hier jetzt auch gleich nochmal, bevor ich losmarschiere. Denn, ähm, wir gehen jetzt auf jeden Fall dann zurück ins, äh, Resort. Ich möchte da nämlich so ein bisschen was, ähm, ja, planen und mehr angucken und so. Kann ich schon schlafen? Ne. Habe ich noch, äh, Redstone-Fackeln irgendwo? Ja, da. Ich glaube, das reicht dann auch. Mehr brauche ich davon gar nicht. Ähm, den Leben nehme ich mit. Den kann ich aber, glaube ich, gleich zusammenpacken. Den, den kriege ich ja wieder auseinander. Das war vier, ne? Bei Leben. Ja, ja, ja. Genau. So, dann nehme ich hier nämlich so viel, wie geht nämlich mit. Damit wir schon ein bisschen was, äh, im Resort haben dann. So, aber ich glaube, jetzt können wir erst mal schlafen. So, ähm, ja, aber voll schön. Die finde ich ja echt toll, ne? Von der Textur her gefallen die mir richtig gut. Ähm, Redstone kann man noch stacken. Kohle können wir noch zusammen stacken. Aber das war jetzt hier ja ganz genau so. Sieben. Haben wir da noch welche? Nein, aber dann nehmen wir das mit. Ähm, Sand nehmen wir auch mit. Hm. Was ich gerne hätte, wären eigentlich Schwarz-Eichen. Ich würde vielleicht da gleich nochmal hinter den Berg gucken. Ich weiß gar nicht, ob da, ob da Schwarz-Eichen waren. So, das brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Die Diamanten und Redstone nehmen wir mit. Das brauche ich auch nicht zwingend. Ähm, oh, Kies, ja. Denn ich weiß noch nicht, ob ich, äh, eventuell Beton brauche. Aber, da bin ich noch nicht so ganz, äh, sicher. So, Redstone, oh, aha, na toll. Redstone haben wir mal zusammen. Den einen lasse ich jetzt hier. Äh, das Gehirn lasse ich auch mal da. Wobei, das kann ich mal... Ja, wir haben da noch mehr. Ich lasse das mal da. Den Fisch lasse ich auch hier. Den brauchen wir eigentlich sowieso nicht. Prismarinen brauchen wir auch nicht. Die Schatzkarten, ähm, ja, sind ja schon... Ähm, ja, alles weg. Eisen nehmen wir mit. Das lasse ich da. Das nehmen wir mit. So. Ähm, ja, kann ich eigentlich Gold noch mitnehmen. Und jetzt gucken wir erstmal da hinten. Über den Berg. Und, äh, schauen mal, ob ich, ob da eventuell was zu sehen ist. Mit, ähm, irgendeinem Biom. Hallo, Kuh. Hallo, noch eine Kuh. Hallo. Ja, muh. Genau. So. Äh, lass mich doch da hoch. Nö. Also hier sieht man so gar nichts an an Biom. Nö. Da ist ja eine Ebene. Das wäre dann ja nun die Richtung. Aber auch da kommt Ozean und eine Ebene. Okay. Ähm, nee. Dann haben wir hier, ähm, kein... Also kein, äh, Biom, das ich brauche. Ist aber tief hier. Ein tiefes Loch. Hey. So. Darf ich da mal kurz durch? Danke. So, in die Richtung sind, ähm, na, Fichten. Und da ist ja das Pack-Eis-Biom. Dann würde ich sagen, ähm, ja, gehen wir auf den... Machen wir uns auf den Rückweg. Ähm, Schienen. Wie mache ich die denn noch? Wie war denn das noch? Oh, jetzt habe ich das vergessen. War das an den Seiten? Und in der Mitte? Ja. Och, Gott sei Dank. Ja, ich denke, das könnte fast reichen, oder? Ach, komm. Wir brauchen die sowieso. Die Schienen. Gut. Okay. So, dann machen wir jetzt noch das Inventar voll. Ähm, ja, das Boot lassen wir natürlich hier. Brauchen wir überhaupt nicht da, wo wir jetzt hingehen. Ähm, Kobbel. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Ähm, die nehmen wir auch mal mit. Noch ein bisschen mehr Kobbel. Irgendwas, was ich hier lassen könnte. Ja, komm, meine Schaufel lassen wir mal hier. Ja, ähm, ein Schwert können wir mal hier lassen. Dann können wir noch ein bisschen, äh, Kobbel mitnehmen. Äh, was mache ich denn hier? So. Okay. Ja, den Rest lassen wir da, würde ich sagen. Brauchen wir nicht. Nö, brauchen wir nicht. Obwohl Holz vielleicht, ne? Nee, ach, was. Muss ja nicht. Habe ich noch irgendwas zu essen? Nur die Kartoffeln. Gut. So. Dann, ähm, gehen wir mal tauchen. Hallo, so viele Fischis hier. Mensch. Ach. Also, mit dem Schwimmen komme ich immer noch nicht zurecht. Also, das lerne ich dann vielleicht irgendwann mal. Also, ganz schlimm, wirklich. Ich würde hier oben gerne noch mal ein bisschen Licht machen. Also, ein bisschen mehr so da. Fließt da Wasser durch? Nein. Ich glaube, dann sieht man es von oben ein bisschen besser. So, und wir wollen hier ja auch keine Monster haben, ne? Okay. Ah ja, also hier ist aber sehr dunkel. Da ist auch noch gar nicht, äh, nach oben hin weiter weggemacht worden, ne? Dann machen wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Und dann noch ein bisschen Licht. Ich werde hier gleich nochmal einmal Licht machen. Und ich denke, dann ist das hier auch hell genug. Und da kommt man gut hoch und runter. Da kann ich natürlich nicht einsammeln. Ist ja klar. So. Hier haben wir auch keine, keine Kisten stehen. Naja, aber das ist so erstmal in Ordnung. Ähm, hier machen wir jetzt Antriebsschienen hin. Und zwar zwei Stück. Ähm, ach so Knöpfe habe ich jetzt oben gelassen, ne? Ja, auch nicht so schlimm. Die können wir immer noch dran machen. Denn, äh, hier wollen wir ja anhalten. Wir wollen ja an jeder Station anhalten. Und dann, ähm, weiterfahren. Wenn wir denn weiter wollen, ne? So, ich mache das jetzt weiterhin so, dass ich hier eine Schiene hinmache und halt Redstone-Fackel da oben hinpacke. Ich denke, das sollte okay sein. Ich hoffe, dass das von den Antriebsschienen her, ähm, dann tatsächlich auch reicht. Und nicht, ähm, ja, viel zu wenig ist. Aber, ja, sollte das so sein, dann... Boah, der war aber laut. Dann können wir das immer nochmal nachoptimieren. Ein ganzes Stück hatte ich ja schon gemacht, ne? Ne, hier packen wir nochmal Licht rein. Ähm, da habe ich noch. Hier muss auch nochmal Licht rein. Also, ich will eigentlich schon vermeiden, dass hier auf der, äh, Strecke Monster spawnen. Denn das wäre schon echt doof, wenn die dann irgendwie auf den Schienen rumstehen. Ist hier der nächste Ausgang? Nein. Wie jetzt irgendwie erwartet. So, packe ich die da hin. Und die da hin. Und hier muss noch eine Redstone-Fackel hin. Ein Stückchen können wir ja daher fahren. Äh, sobald wir angekommen sind. Äh, ja, das war jetzt ja nicht so schlau, ne? Machen wir es so. Hier ist auch kein Ausgang. Hier auch nicht. Also, ich werde mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, ähm, zu viel Platz zwischen den Antriebsschienen haben. So, zack. Da ist ein Enderfutz irgendwo. Ja, toll. Ist ganz schön laut. So. Hat doch gerade was gebrannt, oder? Da war doch gerade ein Monster oder irgendwas, was, äh, gebrannt hat. Hier auch nicht. Juhu. Nee, doch nicht. Hm. Hm. Okay. So. Also, viele Schienen haben wir jetzt ja nicht mehr. Hier sind wir auch nirgends wo raus. Das war nur die Höhle, ne? Kriegen wir diesmal die Schienen wieder nicht ganz fertig? Obwohl ich echt viele dabei hatte, ne? Machen kann ich auch keine mehr? Okay. Das heißt, wir geben Gas und rennen. Ich wollte eigentlich beim nächsten Ausgang, ähm, nochmal schauen, vielleicht bin ich da auch schon dran vorbei, ähm, ob da eventuell ein Schwarzeichenbium zumindest in der Nähe ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das übersehen zu haben. Naja, das müssen wir eh alles nochmal nachoptimieren und so. Und das war ja eigentlich, glaube ich, auch auf der Seite, oder? Und ich gucke immer auf der anderen Seite. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, hier, hier, hier. Da war Schnee, genau. Da hatten wir das, äh, Schneebium. Ähm, guck mal, hier ist noch Eisen. Da haben wir noch Eisen. Da brennt Eisen. Das heißt, wir können hier noch ein paar Schienen machen. Aber ich gehe jetzt erstmal nach oben gucken. So wie es aussieht, ist es sogar dunkel gerade. Ähm, habe ich mein Bett dabei? Ich habe mein, doch, da. Für Gott sei Dank, ich habe mein Bett nicht dabei. Dann, äh, schlafen wir mal eben schnell da oben. Und dann, äh, gucken wir mal, ob wir Schwarzeichen finden. Äh, äh, noch sehe ich keine. Aber ich würde dann einfach mal kurz über die Berge gucken. Ich hätte schon gerne Schwarzeichen. Ich weiß, dass wir im Resort auch, ähm, recht nah welche haben. Also es wäre jetzt nicht so schlimm, zurückzugehen und dann irgendwo dort welche zu holen. Das geht auch. Oh, guck mal, Pferde. So, hier einmal auf dem Berg. Hallo. Ein Dorf. Ein Dorf, da gehen wir gucken. Hallo, na? Hallo Kuh. Hallo Pferd. Du bist ja cool. Und ein Geflecktes. Sieht ein bisschen anders aus, oder? Täuscht das. Hm. Oh, guck mal, Esel. Okay, aber keine Schwarzeichen. Da hinten kommt dann wieder, ähm, Dingsen. Äh, na, Fichten. Hallo Schweine. Ja, wie gesagt, zur Not, ähm, holen wir uns die dann am Resort. Denn Oakville, äh, hieß ja nicht umsonst Oakville. Ach, guckt mal. Guckt mal, was da ist. Na? Wenn wir hier weitergehen, ne? Durch das Biom durch, durch das Packeis-Biom, kommen wir wahrscheinlich an unserem anderen Ausgang raus. Hä, also brauchen wir da in die Richtung gar nicht weitergucken. Ach, guck mal, Rote Beete nehmen wir mit. Haben wir ja noch keine gehabt, ne? Und, ähm, mein Inventar ist so voll. Guten Tag. Oh, du tauscht Smaragde gegen Gehirne. Hä? Ne, Schildkröte liegt da rum. So, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo noch was mitnehmen können. Äh, ne Schmiede, haben die ne Schmiede? Habt ihr ne Schmiede? Wo ist denn ne Schmiede? Da drin ist ne Versammlung. Hallo, guten Tag. So, lass mich mal schauen. Ui, oh, Pferderüstung. Und Eisen. Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Leute, dann kriegt ihr Kobbel von mir. Einen Tausch. Eisen-Rüstung habe ich ja eigentlich. Nehmen wir mit. Die kann man nicht stacken, ne? Ähm, na, den Kies. Ja. So. Okay, okay. Ja, so machen wir das erstmal. So, die rote Beete nehme ich noch mit. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen mehr, ähm, zum Anpflanzen und so. Da hinten ist auch noch rote Beete. Wie viele habe ich denn jetzt? Okay. Jetzt kann ich nicht so viel mitnehmen, dass ich das Zeug hier liegen lassen muss. Aber wir können es ja wieder anpflanzen. Wir sind ja bestimmt, äh, demnächst nochmal hier. So. Okay. Gut. Keine Schwarz-Eichen. Ne, keine Schwarz-Eichen. Ah, Kürbisse, aber die haben wir ja nun schon. Erstreckt sich aber weit das Dorf, ne? Ist ziemlich groß. Okay, ähm. Gehen wir zurück. Hallo, Huhn. Bin ich denn auf dem richtigen Weg zurück? Ja. Okay. Ich würde jetzt so einmal da in die Richtung gucken, aber ich glaube, ähm, auch nicht, dass da irgendwas ist. Wie gesagt, dann holen wir das, holen wir die Bäume aus Oakville. Ne, das Ozean. Okay. Dann gehen wir zurück. Jetzt ist die Frage, war das da oben oder war das da oben? Hm. Hier auf jeden Fall nüch. Dann war das hier irgendwo. Wo war denn jetzt hier der Eingang? Da. Vielleicht sollten wir, ähm, hier bei den, äh, Ein- und Ausgängen irgendwie großrote Schilder einbauen, dass man die auf jeden Fall immer gut sehen kann. So, dann gucken wir mal, ob das Eisen ein wenig gebrannt ist, dass wir noch ein paar Schienen platzieren können auf dem Weg, äh, ins Resort. So. Ähm. Ja gut, ich hab ja auch nicht mehr so mega viele, äh, Stöcker dabei. Also, so viel wird's dann hier auch gar nicht werden. Ähm. Da läuft irgendwo ein Skilett rum. Ich hör das ganz genau. Ähm. Ich überlege jetzt gerade, was ich hier lassen kann. Ähm. Die auf jeden Fall. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Ja. Hm. Doch, einmal noch und dann. So, den Rest lassen wir. Und dann gehen wir jetzt, äh, Richtung nach Hause. Hab ich noch was frei hier? Noch irgendwas, was ich brauche? Nee. Nö, das ist erstmal okay so. So. Hier würden dann ja auch zwei Antriebsschienen hinkommen. Ach so, die hätten wir noch machen können. Wie war das denn jetzt noch? Das war Gold, ne? Oder? Und einen Redstone. Redstone hab ich nicht. So. Das war, glaub ich, Gold. Stock und Redstone. Ah ja. Aha. Guck mal, einmal geht noch. So. Dann haben wir das doch auch schon. Das nehme ich wieder mit. Die zwei Stöcker lassen wir jetzt hier. Ähm. Da können wir den Lapis noch mitnehmen. Diamanten gehen noch mit. Und, äh, das war's, glaube ich. Ja. Den Rest lassen wir dann einfach hier. So. Dann können wir nämlich hier schon mal zwei Schienen hinmachen. Und dann geht das weiter. Äh, Fackeln hab ich da. Die kann ich eigentlich mal da hinmachen. So. Ich bin ja mal gespannt, wann wir endlich auf die anderen Schienen, äh, treffen. Ich hab eigentlich gedacht, ähm, ich hätte die, wäre viel weiter gewesen mit denen. Aber dann war das doch eine ganze Ecke, die ich noch laufen musste, dann ohne Schienen zu platzieren, ne? So. Also die ersten sind schon wieder weg. Äh. So. Das kommt mir sehr weit vor. Oh. Oh, guck mal. Das lassen wir aber liegen. Jetzt buddeln wir nicht mehr rum. Jetzt gucken wir, dass wir ins Resort zurückkommen. Recht schnell. Ah, guck mal. Da, ich sehe Schienen, ich sehe Schienen, ich sehe Schienen. Ah, wie cool. Schienen, Schienen, Schienen. So, dann fahren wir jetzt den Rest. Allerdings, machen wir das erst im nächsten Part. Und im nächsten Part, ja, sind wir dann auch wieder zurück im Resort. Und dann schauen wir mal, dass wir da so ein bisschen, ähm, ja, so eine kleine Planung machen, dass wir mit den ersten Tiergehegen beginnen können. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns noch im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao. 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 Ciao.